Hallo, mein Name ist Brunhild. Und mein Name ist Tanquard. Und mit diesem Video begeben wir uns auf Spurensuche der ältesten erhaltenen Teile der Stadt Braunschweig. Im Wesentlichen ist das in der Zeit zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, also dem Hochmittelalter. Viele haben mit Heinrich dem Löwen zu tun und der lebte und wirkte im 12. Jahrhundert. Und in dieser Zeit trieb er den Wachstum der Stadt Braunschweig im Wesentlichen voran. Während wir heute aber von Braunschweig sprechen, müssen wir uns vor Augen halten, dass es sich dabei eigentlich um fünf einzelne kleine Städte handelt oder Stadtbezirke. Man nennt sie auch Weichbilde. Und die waren ziemlich selbstständig. Die hatten einen eigenen Marktplatz, ein eigenes Rathaus, einen eigenen Rat, eine eigene Pfarrkirche. Zu einem einzigen Braunschweig, zu einer Gesamtstadt, wuchs das Ganze eigentlich erst 1671 endgültig zusammen. Bis heute gibt es aber für diese Stadtteile noch immer die alten Namen, nämlich Alte Wieg oder Magniviertel, Altstadt, Hagen, Neustadt und der Sack. Die ältesten Spuren der mittelalterlichen Siedlung führen uns zurück bis ins 9. Jahrhundert und zwar auf den heutigen Kohlmarkt. Der Kohlmarkt spielt in der Frühgeschichte der Stadt Braunschweig eine entscheidende Rolle. Denn genau hier, wo wir heute stehen, kreuzen sich wichtige Fernhandelswege im Mittelalter. Auf der einen Seite nach Südwesten und nach Westen geht es nach Westfalen, ins Rheinland und eben südwestlich nach Frankfurt am Main. Und auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes führt der Weg nach Osten. Und zwar geht es hier in Richtung des ehemaligen Oka-Übergangs. Das war ein Damm und so trägt auch heute die Straße noch den Namen Damm. Vom Damm aus geht es dann nach Osten und Südosten in Richtung Elbe und Harz. Für das Jahr 1036 ist die Weihe der St. Ulrizi-Kirche überliefert, die genau hier an diesem Platz stand. Dass wir hier aber nur noch diesen Grundriss im Pflaster sehen, hängt damit zusammen, dass die Kirche 1544 im Zuge der Reformation abgerissen wurde. Die heutige Bebauung geht in ihren ältesten Spuren übrigens auch schon auf das Hochmittelalter zurück. Für das Haus Kohlmarkt 1 hier hinter mir gibt es schon Nachweise für ein Steingebäude aus dem Jahr 1268. Unser Weg führt uns jetzt in den Stadtteil Alte-Wieg, heute besser bekannt als das Magni-Viertel. Wir befinden uns jetzt im Magni-Viertel. Mit seinem zentral gelegenen Magni-Kirchplatz und mit der im 11. Jahrhundert errichteten Magni-Kirche ist es eines der ältesten Stadtteile hier in Braunschweig. An dieser Stelle hier befand sich ursprünglich eine kleine Kirche des alten Herrendorfes Brunswick. In ihrer Urkunde, in ihrer Weiheurkunde aus dem Jahr 1031 zu Ehren des heiligen Magnus, wird zum ersten Mal der Stadtname Braunschweig erwähnt, in seiner Form Brunswick. Die Kirche selbst ist von 1252 an umgebaut worden in eine dreischiffige Hallenkirche. Sie hat einen gotischen Glockenturm, in dem sich auch eine der ältesten Glockenbraunschweigs aus dem Jahr 1335 befindet. Der Name Brunswick galt also ursprünglich nur für diesen Stadtteil hier. Aber der Name wanderte im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts zunehmend auf die westliche Okerseite und wurde immer gebräuchlicher als Bezeichnung für die Gesamtstadt. Und dieser Stadtteil hier, der bekam dann den Namen Altewick. Nicht weit von hier begeben wir uns jetzt in das 12. Jahrhundert, was uns Heinrich dem Löwen immer näher bringt. Jetzt befinden wir uns im Ägidienviertel. Im Zentrum stand die Ägidienkirche. Nördlich der Kirche, also hier, wo wir jetzt stehen, befindet sich der Ägidienmarkt. Und der wurde in der mittelalterlichen Siedlung Altewick als Marktplatz genutzt. St. Ägidien war das Gotteshaus des gleichnamigen Benediktinerklosters. Gegründet wurde dieses im Jahre 1115 von der brunonischen Markgräfin Gertrud. Das war die Urgroßmutter von Heinrich dem Löwen. Beim großen Stadtbrand im Jahre 1278 brannte die ehemals Romanische Kirche und auch die Klostergebäude ab. Daraufhin wurde eine neue Kirche errichtet im gotischen Kathedralstil. Da es sich hier um das Gotteshaus eines ehemaligen Klosters handelt, schließt sich an dessen Südseite direkt der Kreuzgang an. Der ist heute nicht mehr vollständig erhalten, aber man kann hier noch den ehemaligen Nordflügel erahnen. Und der Ostflügel, der sogar noch romanischem Ursprungs ist, ist heute ebenfalls noch erhalten. Dahinter befand sich früher die Sakristei, der Kapitelsaal, also der Versammlungssaal der Mönche, das Parlatorium, das ist der Raum, in dem man sprechen durfte, und das Refektorium, der Speisesaal der Mönche. Darüber, hinter den Spitzbogenfenstern, versteckt sich das ehemalige Domitorium, das ist der Schlafsaal der Mönche. Während die Kirche heute Pfarrkirche der katholischen Propsteigemeinde St. Egidien ist, gehören die ehemaligen noch erhaltenen Teile des Kreuzgangs heute zum Braunschweigischen Landesmuseum. Übrigens, unser Weg führt uns jetzt zum Hauptstandort des Braunschweigischen Landesmuseums. Und der führt uns direkt mitten ins Herz von Braunschweig auf den Burgplatz. Heute noch zeigt der Burgplatz seinen mittelalterlichen Grundriss. Im 9. Jahrhundert stand hier eine Burg der Brunonen. Im 12. Jahrhundert ließ Herzog Heinrich der Löwe, hier die ursprüngliche Burg Dank Badrode, den Burglöwen und hinter mir den Dom errichten. Hier auf der Nordseite des Burgplatzes befinden sich zwei wunderschöne Fachwerkgebäude. Die stammen allerdings nicht aus dem 12., sondern erst aus dem 16. Jahrhundert. Gut zu erkennen ist das Huneborstelsche Haus. Das von Feldheimsche Haus, direkt hinter mir, ist leider zurzeit eingerüstet. Und auf der Nordwestseite des Platzes, im Hintergrund zu sehen, ist das klassizistische Viehweghaus. Das ist heute der Hauptstandort des Braunschweigischen Landesmuseums. Der Braunschweiger Burglöwe wurde um das Jahr 1166 herum errichtet. Heinrich der Löwe ließ ihn aufstellen als Symbol seiner Macht. Bis heute gilt er als ein Hauptwerk der romanischen Plastik. Und er war die erste freistehende Figur nördlich der Alpen. Es handelt sich beim Löwen um einen Bronze-Hohlguss, der insgesamt fast 900 Kilogramm wiegt. Heute befindet sich das Original des Burglöwen, allerdings in der Burg Dank Waderode, in der Kunstausstellung des Herzog-Anton-Ulrich-Museums. Hier befindet sich seit 1980 eine naturgetreue Nachbildung. Höchstwahrscheinlich um das Jahr 1175 herum ließ Heinrich der Löwe die Burg Dank Waderode errichten. Und zwar an der Stelle einer ehemaligen Niederungsburg der Brunonen. Sie ist gestaltet nach dem Vorbild der Kaiserpfalzen. Und was wir hier sehen, ist im Grunde der Pallas, das heißt das Wohngebäude der Burg. Dieser erlitt aber viele Schäden über die Jahrhunderte hinweg. Nicht zuletzt durch einen großen Brand. So kam es, dass 1887 bis 1906 Ludwig Winter die Burg wieder aufbauen ließ, und zwar in historisierender Manier. Es handelt sich also heute um eine Rekonstruktion, die wir sehen. Da, wo sich heute der Turm der Burg befindet, stand im 12. Jahrhundert übrigens eine kleine Kapelle. Die Burg ist heute Ausstellungsort, und zwar der Mittelaltersammlung des Herzog-Anton-Ulrich-Museums. Im unteren Saal, dem sogenannten Knappensaal, werden mittelalterliche Kunstwerke wie Altarbilder, Reliquiare und Gewänder und natürlich das Original des Braunschweiger Löwen ausgestellt. Im Obergeschoss der Burg, da befindet sich der prächtige Rittersaal. Die ehemalige Stiftskirche St. Blasii auf der Südseite des Burgplatzes ist heute evangelisch-lutherischer Dom. Sie wurde in den Jahren 1173 bis 1195 errichtet, nachdem Heinrich der Löwe von seiner Fahrt ins Heilige Land zurückgekehrt war. Er bestimmte diese Kirche als seine Grablege und wurde dort auch 1195 neben seiner Gemahlin Mathilde von England bestattet. Die Gräber seines Sohnes Otto IV., der deutscher König und Kaiser war, und dessen Gemahlin Beatrix von Schwaben, befinden sich ebenfalls im Dom. Die zunächst als dreischiffige Basilika errichtete Anlage wurde bis heute mehrfach erweitert, umgebaut und rekonstruiert. Ganz bedeutend ist die mittelalterliche Ausstattung des Doms. Da wären zu nennen der Marienaltar, der siebenarmige Leuchter, das hölzerne Kruzifix des Meisters Immerwart oder auch Immerwartkreuz genannt und nicht zuletzt die Grabmale Heinrichs und Mathildes, die um das Jahr 1250 herum entstanden sind. Wir verlassen jetzt den Burgplatz und setzen unsere Spurensuche fort. Ach ja, und die führt uns in den Stadtteil Hagen. Das Weichbild Hagen wurde um 1160 von Herzog Heinrich dem Löwen neu gegründet. In dessen Zentrum liegt der Hagenmarkt, auf dem wir uns gerade befinden. Der Markt wird überragt von den beiden Türmen der St. Katharinenkirche. Mit dem Bau der Katharinenkirche wurde im Anschluss und nach dem Vorbild des Doms begonnen, um etwa 1200 oder 1205. Die zunächst als dreischiffige Pfeilerbasilika errichtete Kirche wurde um 1250 bereits umgebaut und mit großen gotischen Fenstern versehen. Ganz besonders hervorzuheben an der Kirche ist das Westwerk mit den zwei hoch aufragenden Türmen. Unten sieht man sehr schön noch den romanischen Ursprung und nach oben hin zu den Glockenstuben verjüngen sich die Türme in die filigrane Architektur der Gotik. Wir machen uns jetzt auf in die Altstadt. Auf dem Weg dorthin machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp. Bei der Hagenmarktkeminate handelt es sich um eines der wenigen weltlichen Gebäude, das uns noch aus dem Hochmittelalter erhalten geblieben ist. Es handelt sich um einen zweigeschossigen Steinbau auf einem fast quadratischen Grundriss. Die Hagenmarktkeminate stammt aus dem 13. Jahrhundert. Das Wortkeminate leitet sich vom lateinischen Caminata ab, was so viel wie Kaminzimmer bedeutet. Es handelt sich hierbei um eine typisch norddeutsche Bauweise eines Doppelhauses, das heißt ein Vorderhaus aus Stein und ursprünglich, heute nicht mehr zu sehen, schloss sich ein hölzernes Fachwerkgebäude an. Und in diesem Steingebäude, da wohnte man nicht nur im beheizbaren Kaminzimmer, sondern man bewahrte auch die wichtigen kostbaren Güter auf. Denn Steinhäuser sind verständlicherweise nicht so anfällig gewesen für Brände, wie sie sehr häufig in den mittelalterlichen Städten vorkamen. Von den über 120 Kaminaten in Braunschweig sind nur einige wenige noch erhalten. Eine weitere ist hier, gegenüber der Kirche St. Jakobi. Die Jakob-Kiminate stammt auch bereits aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Und wie bei der Hagenmarkt-Kiminate kann man noch sehr gut das zweigeschossige Steinhaus, das ehemalige Vorderhaus, erkennen. Vom Hinterhaus des Doppelhauses, also dem hölzernen Teil, ist heute nichts mehr erhalten, aber es ist in moderner Architektur ergänzt, um es sichtbar zu machen. Der Altstadtmarkt wurde als Zentrum des Weichbilds Altstadt im 12. Jahrhundert errichtet. Er diente als Hauptmarktplatz, Messeplatz, Jahrmarkt und Hinrichtungsstätte. Das Braunschweiger Altstadt-Rathaus gehört zu den bedeutendsten mittelalterlichen Rathäusern in ganz Deutschland. Seine älteste Bausubstanz geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Ja, wie der Name sagt, traf sich im Altstadt-Rathaus der Rat des Stadtteils Altstadt. Das Gebäude besteht aus zwei Flügeln, die in einem rechten Winkel aufeinandertreffen. Und im Laubengang unten, da gibt es noch etwas zu entdecken, was ich euch gleich zeige. Der Westflügel ist der älteste Teil des Rathauses. Mit seinem Bau wurde schon Mitte des 13. Jahrhunderts begonnen. Der Nordflügel und die zweigeschossigen gotischen Laubengänge, unter denen ich hier stehe, die stammen aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. Auf den Säulen sind dargestellt mehrere sächsische und welfische Herrscherfiguren. Hier an einer Säule des Laubengangs ist übrigens die Braunschweiger Elle eingelassen. Die Elle ist ein Messinstrument, dessen Name sich von unserem Unterarmknochen Elle ableitet. Das diente vor allem den Tuchhändlern als Maßstab für Stofflängen. Die Braunschweiger Elle beträgt übrigens in heutige Maße umgerechnet ungefähr 57 Zentimeter. Noch Ende des 12. Jahrhunderts war durch die Förderung Heinrichs des Löwen die Bevölkerung im Umfeld der Burg so weit angestiegen und auch in der gesamten Stadt so viel Kaufkraft vorhanden, dass die Bewohner mit dem Bau großer Kirchen begannen. Die Weichbilder wollten damit ihr Selbstverständnis und ihr Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen. Die Martini-Kirche wurde im Jahr 1190 ursprünglich als Haupt- und Marktkirche der Altstadt von Patrizian erbaut. Grundlage war das Planschema des Doms. Doch die ursprünglich als dreischiffige Pfeiler-Basilika errichtete Kirche wurde schon 1250 zur gotischen Hallenkirche umgebaut. Ein wunderbares Beispiel der gotischen Architektur kann man hier hinter mir sehen. Von der romanischen Bauphase ist vor allem der Westbau erhalten, mit Teilen einer romanischen Glockenstube. Die letzte Etappe auf unserer Tour ist das Michaelisviertel. Da gibt es eine weitere Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Hier im heutigen Michaelisviertel lebt im Hochmittelalter der ärmere Bevölkerungsteil der Altstadt. Aber die Bürger bauten sich durch eigene Hände Arbeit und mithilfe von Opfergaben diese Kirche, weiten sie dem heiligen Michael. St. Michael ist für das Jahr 1157 urkundlich erwähnt. Vermutlich stand hier zunächst ein einschöpfiger romanischer Bau. Aber wie auch bei vorherigen Beispielen wurde dieser im 14. Jahrhundert zu einer gotischen Hallenkirche erweitert. Der Turm hier im Vordergrund stammt noch aus dem 13. Jahrhundert. Zur Zeit Heinrich des Löwens wurden nicht nur Kirchen und Wohngebäude gebaut, sondern auch eine Stadtmauer um die wachsende Siedlung herum. Überreste davon können wir heute noch finden. Dieser etwa 5 Meter hohe Mauerrest gibt uns noch einen kleinen Eindruck davon, wie die Stadtmauer Anfang des 13. Jahrhunderts mal ausgesehen hat. Diese Mauer ging hervor aus den einzelnen Weichbildmauern als Ummauerung der Gesamtstadt. Begonnen wurde Ende des 12. Jahrhunderts noch auf Initiativen Heinrichs des Löwen, dann aber vor allem unter seinem Sohn Kaiser Otto IV. wurde diese Mauer erweitert und vollendet bis im Jahr 1218. Es handelt sich um eine Buntsandsteinmauer mit auch Türmen damals und einem vorgelagerten Graben. Damit endet nun unsere mittelalterliche Spurensuche. Wir haben vieles entdeckt, das zwischen 800 und sogar 1000 Jahre alt war, mitten hier in Braunschweig. Bei eurem nächsten Spaziergang durch die Stadt, haltet die Augen offen. Es gibt noch viel Historisches zu entdecken. Und wer weiß, vielleicht laufen wir uns ja auch nochmal über den Weg. Bis dahin sage ich Tschüss, eure Brunhild und euer Tankwart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020